Ich hasse dich, du bist doof. Da kommt er, da kommt er von der Seite, der andere. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Oh, oh, ja doch, ist leicht. Ich warte mal gerade den anderen ab, der müsste da jetzt nämlich auch kommen gerade. Dass der Sieg erstmal mit denen einmal anlegt. Na komm, bring, hausi, hausi, er ist unterwegs, da ist er, komm, rügel sie. Jetzt bringen sich alle da hinten, das ist schlecht nicht so gut, weil die haben... Ich hab den getroffen. Sind wir da zu zweit, ne, das ist irgendwie schlecht. Zu zweit gegen mich ist nicht gut, zu zweit gegen mich ist gar nicht gut. Ich hab den einen, ich hab den Boss einmal getroffen, ich hab den anderen einmal getroffen. So, warte mal. Mein Kollege ist, oh shit, ich dachte... Jetzt greift er doch mich an, jetzt greift er doch mich an. Au, warum greift er jetzt doch mich an? Ich verstehe die nicht. Die sind strange. Mensch, also jetzt greift er wieder den richtigen an, also den richtigen in Anführungsstrichen. Shit. Warum hab ich ihn jetzt nicht getroffen? Weg, ich wohle hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier ganz dringend weg. Sie tun böse Dinge. Und sie sind schon wieder zu zweit. Und mein Typ ist weg, also mein Typ. Scheint das ja auch nicht immer zu sein, ne? Die machen sich aber auch gegenseitig keinen Schaden, im Gegensatz zu dem anderen Typen, ne? Der macht den anderen Schaden, ne? Irgendwie nicht so. Bäh. Da ist er wieder, da ist er wieder. Bring sie um, bring sie um. Nicht mich, die. Kill sie. Was will er von mir? Genau. So ist richtig. Okay. Okay. Wer ist hinter mir? Ich hab schon wieder so viel verbraucht. Shit. Ich hab ihn nicht getroffen. Wow. Okay. Au. Alter. Alter. Wow. Oh, oh. Nicht gut. Nein. Gar nicht gut. 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 Ey. Manche Attacken von dem gehen halt echt gar nicht, ne? Die haben einfach so ultra viel Reichweite. Also das, das ist so crazy. What crazy shit ist das? Einfach, das geht gar nicht. Ich hab ihn einmal wieder getroffen. Sehr gut. Ah, ich dachte gerade, ich dachte, wenn ich in seine Richtung ausweiche, funktioniert das vielleicht besser. Aber hat es nicht. Das ist so gar nicht. Oh, damn it. So. Da muss jetzt hier langsam mal was gehen, ne? Der gefällt mir nicht. Der ist mir nicht geheuer. Und der tut böse Dinge. Der tut extrem böse Dinge. Er vermöbelt mich nämlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach an mir lag oder an dem Schlag, den er in dem Moment gemacht hat. Vielleicht das mit dem nach vorne ausweichen könnte besser funktionieren. Man weiß es noch nicht genau. Ich möchte das noch nicht, noch nicht irgendwie abtun als eine Möglichkeit, Dinge zu tun. Alter, jetzt kommt das wieder, ne? Diese Attacke manchmal, die irgendwie nie kommt, außer ganz, ganz manchmal, um mich abzustechen. Ich hasse sie. Ich hasse diese Typen im Allgemeinen. Ich hasse diesen Ort. Ich will hier alles töten. Ah! Auf die Fresse! Wow. Das ist einmal geruckelt, aber das ist nicht schlimm. Es ist übrigens wieder genau diese Stelle, ne? An der war das letztes Mal auch. Spannend irgendwie. Dieses komische Ruckeln manchmal, das dann so komisch kommt. So, bitte zweihändig, das Ding. So, nur aber. Ich werde dir... ...neine... ...alter. Nee, nach vorne ausweichen geht so gar nicht. Und ich fühle mich gerade so, als hätte ich viel zu viel schon verloren, als dass ich das noch irgendwie sinnvoll gewinnen könnte. Deswegen bin ich jetzt nicht zurückgegangen, hab mich irgendwie ewig geheilt. Sondern wir machen das irgendwie gleich nochmal. Das ist echt... Der Typ geht gar nicht. Das ist... Also, das... Das ist ja fast das Problem, wenn man ja anfängt, ne? Das ist einfach extrem nervig, dass man jedes Mal durch diese erste Phase mit mehreren Gegnern durch muss und so. Oh! Man kann ja so schwer nur üben. Das ist genau so wie bei hier... Wie hießen sie noch? Äh, hier. Smog Mog und... Und was weiß ich, wie der Typ hieß. Da aus dem ersten Teil die beiden komischen... ...Klappsparten. Diesmal habe ich gesehen, was du vorhast, mein Freund. Dies nicht. Ähm. Die waren auch so furchtbar nervig. Weil man auch da, ne? Jedes Mal noch die zweite Phase hatte. Da musste man erst da hinkommen. Ich kann mir übrigens vorstellen, dass der hier auch unter Umständen sehr viel einfacher ist, wenn man... ...entweder ein Fäulnisschwert... Naja, nicht jetzt. Ähm. Wenn man entweder auch mit Fernkampf-Kram kämpft oder halt mit einem Schild. Das ist mit dem Schild, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Aber ich glaube, auch der Fernkampf wird eine Menge helfen. Okay. Es ist egal, wie ich ausweiche, ne? Er will einfach nicht. Es sind wieder beide da, ne? Bitte, lass mich in Frieden. Wo ist der andere? Da ist der andere. Äh. Shit. Warum? Warum? Gott. Dammit. Das würde ich vielleicht auch anders machen können. Oh. Ja, gut. Bin völlig okay. Schade. Au. Ich dachte, ich kriege noch ein paar mehr Schläge dran. Höh. Höh. Sind sie wieder zu zweit da, ne? Damit. Wenn die sich einfach gegenseitig Schaden machen würden, ne? Dann wäre das hier... Ja. Sehr, sehr einfach hinzukriegen. Muss aber leider nicht. Jetzt ist er schon wieder auf mir hier. Leck mich. Töte deine Kollegen. Genau. Genau. Das finde ich schlecht, wenn die den Schiff... Die haben ihn einfach umgebracht, ohne selber Schaden zu nehmen. Das ist schlecht. Weil jetzt habe ich wieder hier beide am Atmen. Man mag jetzt natürlich sagen, wenn ich erst den... Den kleinen Börr umbringe, habe ich es halt einfacher gegen den großen. Aber... Das ist auch nicht ganz falsch. Oh. Das tun wir mal einfach. Hallo. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Ja, genau. Vermöbel ihn. Vermöbel ihn einfach. Shit. Ja. 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 Bring ihn um. Ha. Auf die Fresse. So. Jetzt aber. Komm. Ich glaube, ich habe noch relativ viel übrig. Jetzt muss ich nur irgendwie das gebacken kriegen gegen den. Deine Attacken haben irgendwie zu viel Reichweite. Warum hat er mich jetzt damit vor allem... Damit hat er mich, glaube ich, noch nie getroffen. Autsch. Geh weg. Ey, warum? Warum trifft er mich plötzlich mit dem Dreck? Mist. Mist. Ah. Verdammt. Nein, 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 nein Wow, oh Gott, nein, 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 das ist gar nicht gut. Seele eines Wolfsblut und Fürstenasche und da vorne ist ein Leuchtfeuer und wie da vorne ein Leuchtfeuer ist, oh Mann, entzünde es bitte erst einmal, wir haben wieder 22.000 dafür gekriegt, viel Erfolg, Dankeschön. Wurde gerade fragen, was geht denn jetzt hier? Ist das etwa Springen? Was für ein Springen? Was möchtest du denn mit mir sagen? Oh Gott, das sieht finster aus da hinten. Ist das etwa Suppe? Der Altar, ne? Hurra für Suppe. Äh, aber, pass mal auf, wir gehen jetzt erstmal gerade zurück. Das ist wieder zu viel Erfahrung, Wächter des Abgrunds, die ich verlieren würde, wenn ich das jetzt nicht mache. 22.000 ist natürlich die Frage, wie oft wir damit aufsteigen können. Ich nehme an, das wird wieder zweimal werden. Einmal aufsteigen, ist die, nein, die Dame da rechts ist nicht da. Jo, zweimal und dieses Mal verlieren wir da weniger durch. Das ist okay, wir sind auf 20 Vitalität, das ist gut. Wow, achso, achso, wir sind auch gerade, ja, wir sind auch gerade entfacht, das ist, das ist, deswegen haben wir so viel. Okay, okay, nichts gesagt, ich habe nichts gesagt, fast schon. Ich würde sagen, wir haben so viel Leben plötzlich dazu gekriegt, durch das bisschen Vitalität, das kann irgendwie nicht sein, aber doch, so kann das sein. Auf geht's, auf geht's in Richtung des Abgrunds, so. Ich nehme an, hier kommt jetzt der Abgrund, weil das waren ja die Wächter des Abgrunds, ne? Gucken wir mal ganz kurz noch um, ob hier irgendwo noch Loot ist, aber es sieht nicht so aus. Ist das etwas springen, was, was möchte der mir mit Suppe sagen? Oder was möchte die mir mit Suppe sagen? Katapomben von Kartus, wer auch immer das ist. Zeit für Skelett, oh prima, Skelette sind ja toll. Oh, hier ist es irgendwie, da hinten ist Loot, ist da noch ein Skelett, nein, ich dachte gerade, Abkürzung voraus, Abkürzung voraus. Guck mal, da unten geht's tatsächlich irgendwo Sinnvolles hin scheinbar, ne? Ähm, das machen wir mal nicht. Abkürzung gut und schön, aber da hinten scheint es auch noch irgendwo Loot zu geben und so. Versucht rollen, nee, 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 nee. Wir nehmen erstmal den langen Weg, glaube ich. Abkürzung ist echt, oh, ist echt schön, aber brauchen wir gerade nicht, hoffe ich. Ästliches Skelett, bitte sag mir, dass es nicht wieder aufsteht. Mist. Dammit! Am, am. Nicht? Oh, hat nicht gereicht. Äh, müssen wir wieder die Typen da hinten jeweils töten, damit die nicht mehr aufstehen oder so. Alter, ist der gerade, ist der gerade unsichtbar geworden? Holy crap! Ich hasse Skelette. Es hat nur... Da fallen mir noch ein paar Skelette entgegen. Oh nein, oh nein, oh nein. Aber da ist auch die Loot direkt wieder weg. Jetzt sehen wir, wir haben trotzdem eine ganze Menge Leben dazugekriegt. Holy crap, das ist gut. Was ist denn dieses komische Katatusrot, oder wie das Ding Zeug heißt? Katatusrot, da ist es, da. Ah, Blutungseffekt für die Waffe. Und wir haben so ein komisches Wolfsblut, ne? Eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt. Schön. Da war noch irgendwas, ne? Tja, whatever, passt schon. Äh, Katakomben von Katus. Ich glaube, das Skelett, was hier ganz am Anfang war, kam da aber nicht nochmal, als ich das... Also vielleicht, weil ich dann weit genug weg war oder so. Ich hoffe einfach mal, dass das so funktioniert. Weil in Dark Souls 1 war das ganz, ganz fürchterlich nervig. Ähm. Als die immer und immer und immer wieder kamen. Hallo. Eben ist er irgendwie runtergefallen. Das war schön. Das hätte ich gerne nochmal. Fall mal da runter. Sehr gut. Das Skelett scheint nicht nochmal aufzustehen. Perfekt. Hier waren aber noch mehr. Hallo, hässliche Skelette. Die haben diese komischen, total abgefahrenen Sprünge drauf. Das weiß ich noch. So viel weiß ich noch von... Äh, von Dark Souls 1 und 2 und überhaupt. Die haben irgendwie immer diese komischen, seltsamen Skelett-Sprünge drauf. Oh Gott. Nein. Wow. Das war cool. Dass das so funktioniert, ist ein kleines Wunder. So, ich heil mich mal. Whatever, dann muss ich die halt nochmal machen. Stehen die nochmal auf? Sieht gerade nicht so aus. Oder? Ich höre Dinge. Da unten ist hier... Oh Gott. Ich geh erstmal hier rein. Hallo? Hallo? Oh, hallo Skelett. Hat das keinen Kopf? Das hat keinen Kopf. Woher weiß ich überhaupt, dass ich hier bin? Das hat gar keinen Kopf. Oh. Haua. Okay. Das sah blöd. Wurfmacheten hat... Hat das? Hallo? Das hat gerade irgendwas auf mich geschossen. Da ist noch so'n Typ. Das ist bis jetzt nicht nochmal wieder aufgestanden, ne? Hä? Ist der das gerade nochmal? Oh. 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 Das war nicht so der Plan. Da ist... Da ist der Bogenschütze. Am. Am. Das hat einen Dolch. Bäh. Ist es dasselbe, was gerade wieder aufgestanden ist? Wie ist es das, das da gerade mich genervt hat? Deshalb Vorsicht vor überall. Ach. Ach du Schande. Da, da, da. Da. Ach, da ist die... Aha. Da ist die Falaisi. Dann kann ich ja hier runter, ne? Scheinbar. Ja. Ja. Eine Seele. Ich... Irgendwie blicke ich gerade hier nicht durch. Das ist mir... Das ist mir irgendwie zu unübersichtlich hier. Ich checke das nicht. Wo muss ich hin? Wo bin ich? Wo darf ich hin? Was geht hier ab? Da steht eine Nachricht. Versucht hier. Was hier? Hier? Oh, hier. Guck mal, hier. Shit. Hinterhalt voraus. Wää. Der holt aber weit aus. Hier gibt es auf jeden Fall Loot. Julian von Katus. Und der Typ steht schon wieder auf, ne? Wää. Der ist aber schnell wieder da. Ich dachte, der steht gerade erst auf. Nö. Nö. Der lebt schon wieder. Da ist ein Hohenschütze. Riecht nicht gut. Kannst du jetzt bitte mal... Falls da runter. Danke. Damit du nämlich nicht wieder aufstehst. Ähm. Da ist irgendwas, ne? Oder? Kann man da stehen? Sieht aus, als könnte man da stehen. Aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Da war so ein komischer Foliant, von dem ich nicht weiß, was er tut und was er ist. Äh. Wo ist denn der vielleicht? Hier? Pyromantie? Oh, guck mal. Dafür ist das gut. Mhm. Mhm. Und wir haben hier noch... Komische goldene Schriftrolle. Ey, sieh. Das müssen wir den Leuten geben bei uns, ne? Das steht nicht nochmal auf. Das ist positiv. Das ist sehr positiv. Da hinten war noch irgendwo so ein komischer Dude. Der da. Den meine ich. Hallo. Oh, oh. Bäh. What the freaking fatsch. What? Alter, hast du es bald mal? Gäh. Was ist das für ein Typ? Kann ich mal aufhören, irgendwie hier so rum zu... Ninjaren? Ich habe ein Ninja-Skelett gefunden. Und ich finde es nicht in Ordnung. Das Ninja-Skelett. Ah. Das hat immerhin auch eine Titanitscherbe und komische Wurfmacheten dabei. Aber holy crap, ein scharfer Edelstein. Ich dachte gerade, da wäre was aufgestanden. Hallo. 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 Oh, oh. Du hast aber ein großes Schwert. Du hast aber ein großes Schwert. Ja. Das ist wieder so ein Penner, der unsichtbar wird, ne? Ja. Und blutet. Der blutet. Der macht Blutung. Ich will den nicht. Der soll weggehen. Ööö. Warum kann der durch die Säule durchschlagen? Ist der wahnsinnig. Alter. Ist ja klar. Ist ja gut. Ist ja gut bei euch. Ihr seid doch alle irgendwie wahnsinnig seid ihr doch. Alter Schwede. Alter, leck mich doch. Ööö. Ööö. Nein. Nein. Nein, bring es um. What the fuck? Sind die Kids bei den Geräten eigentlich? Die spinnen noch. Ich will die nicht.